Der dritte Weltmeister mit Links-Rechts-Kombination, den Kopf des Herausforderers. Dieses Bombardement ist eine Bestrafung Rockies, ein Debakel, diktiert vom Vernichtungswillen des Champions. Es hat nur unsere Linkshänder, aber Rockies ist ein Tank, er muss schwer einstecken. Jetzt ist er am Boden, der Ringrichter greift ein. Ein Rätsel, wir schlägen Rocky noch auf den Held. Ich bin jetzt so durch die Rocky-Hörner-Hau. Rocky hat nicht mehr die Kraft in Deckung gehofft, er ist am Ende des Schampens. Susann Dürr, Susann Dürr. Atollo reißt die Arme hoch. Aschampianus, Reda, Ruzer. Atollo reißt die Arme hoch. Alle Prüfungen, Reda, Ruzer. Atollo reißt die Arme hoch. Und hier los geht, wie sollte die Arme hoch. Susann Dürr. As Ah seed, Paras destroying und stark bei Ça. rip! Ich bin der Mundschutz. Link unten rein, Deckung hoch, link unten rein, vielleicht... Okay, don't you? Und nun der Punkt zur 15. und letzten Runde. Vielleicht kämpfst du mal. Jetzt hast du nichts getan. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Keiner der beiden will angreifen. Ach. Aha, není ich das noch, 1. ráno. Vielleicht vielleicht versucht, aber auch seine Richtung Seite zu weken. Objektiv, dass ihr Roky doch, ihr utopet. Es geht nur noch an. Okay, jetzt ist es da, ich packe 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 es da, ich Ich liebe dich, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich.